Ich bin nur im Dach. Ich komme. Ja, wo gibt es auch vor links? Ja, ich bin noch einer bei mir. Ja, zwei Hits. Down. Fast. Nur jemand? Ist da noch einer? Nein, das muss ich nicht. Fix. Ja, muss ich nicht. Hat irgendwer noch irgendwas zum Verholen? Ja, ich habe eine Kiste. Ja, ich habe eine Verbände. Schon wieder eine blaue? Oh nein, ich will nicht die andere blaue ablegen. Tränke, Saubeitel, kommst du rüber und holst dir die Tränke. Oder hauck, wer halt noch keinen hat, die kleinen. Ja, der Hauck, ja, ist eben weniger Schild. Warte, schau mal an dem Hauck. Soll ich mir in die anderen Häuser auch noch reingucken? Hat irgendwer Muni? Ja, Muni hat die. Komm her. Warte, ich krieg gleich. Ja. Ich muss mich auf dem Trocken. Wo bist du, Alter? Da da. Das Haus ist offen. Ich bin gleich schon wo, da da. Wo bist du? Da da. Da. Aufpassen auf Fallen. Easy coming. Wer baut denn ab hier? Easy. Auf. Ich hab nochmal einen Schild dran für dich. Komm her. Also, auch noch einen Klanen. Bist du schon 50? Nein, 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 nein. Ich nehme mich nachher mit. Wenn du schon 50 hast, Mario. Mario. Du kriegst noch einen von mir. Dann bist du auch 50. Müssen wir weit laufen. Ja, da hat wieder mal jemand getrödelt. Nein, wer wollt denn da in die Schiesserei? Wer hat das denn selbst geballert? Ich. Ich bin ich aber selbst geballert. Du weisst, ich kann auf jeden Fall jemals in die Schüsse ersetzen. Das bin ich immer. Immer ich. Weil die verricken müssen alle. Ja, im kleinen Haus ist eine Leiter. Du weisst, ob ich noch drue habe von mir. Du weisst noch drue, ja. Ja, das ist vanschig, gerade zu haben. Hahaha. Soll ich in den, wo ich nicht gerne habe, wenn ich falle? Nein, so aussagt der Zone. Das ist nicht. Hab ich es wieder gesehen? Wenn wir den fertig gemacht haben, den Fotzen. Ich will ja auch mehr nichts kennen. Alles klar. Hat ich irgendjemand hinter mir gerade abgebaut? Ja. Du brauchst eh keine Steine noch, Alter. Was tust du? du soll man die höhle reingucken ob der kiste drin ist da hat einer geschossen ruhe aufgemacht hört sich das echt so an ich glaube auch ehrlich gesagt unten ist aber immer schlecht ich fühle mich lässig wie bin er ja nicht so nicht nicht so trage ich WTF, schau jetzt mal SE im Himmlaue Ja bauen sie nur, weil dann schießt man so an Ich weiß leider nicht Wollten den Drop machen Das kann sein, ja What the fucking hell, hey Der ist geschossen worden Ja das stimmt, Achtung Ja die schießen meine Mauer durch Ich habe eine Mauer hingebaut Damit wir sie hören, wenn sie kommen wollen Geh mal ein Runde aus sie Bei der Höhle, sie sind in der Höhle In der Höhle sind sie Ja wir gehen Passt Ey das habe ich, pass auf links Oh Der hat einen Drang Ja ich habe die 3 Mal das hat nichts mehr rum Ja ich habe die 3 Mal das hat nichts mehr rum Ich brauche mal Drucken Denny kommt zu dir. Von links werde ich auch geschossen. Denny geh in Grom, geh in Grom. Von links werde ich auch geschossen. Bleib da. Du kommst noch, du kommst noch. Ohne ist da. Ja, aber es wird volle Seiten geschossen. Danke. Denny versteckt dich. Traugst du? Nein, ich habe. Da sind nur zwei. Einer getaunt, einer getaunt. Von links, von mir kommen auch einer. Boah, ich kann mich auch gar nicht mehr auslösen. Nee, Saubeutel. Alter. Alter, da habe ich dich. Nee. Alter, das gibt es nicht, dass die ins Baden holen. Mich überlebt du einfach irgendwie. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Da oben sind auch eine. Ich krieg's nicht mehr von allen. Ich könnte gerne eine Sache an den töten. Hä, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Oh, oh, oh. Tut das was los? Ich will gar nicht aufhä. Ist auch gesehen. Ey, das mit der Mauer war aber nicht blöd in der Höhle, ne? Na, das war geil. Na, das war geil. Ja, haben wir schon gedacht. Ich mach einfach mal zu. Dann vielleicht schießen sie sich durch. Wir gehen außen rum in die Zone hinein. Weil es sind immer elf. Das heißt, maximal, wie viel sind es noch? Die geh jetzt einfach in eine Festung rein. Oder drei, drei oder was? Ah, die muss halt nur überleben, ne? Dann sind wir drei. Ich glaub nicht, dass es da über innen ist. Der hat sich so schön in die Zone eingebaut. Ja. Bisschen weiter musst du noch. Muss ich nicht. Ja, muss ich nachher. Madras lacht. Mwaaah. Woll einer wie trocken. Das hat doch sein müssen. Da kann ich nicht wieder sterben, wenn einer so da steht. Weil einer so da steht. Nein, echt, da kann ich echt nicht wieder sterben. Du hast die Zone. Du kannst dich da hinten an dem Bürger entbauen. Jaa, da unten ist auch noch... Boah, ich putze dich nicht alle so heißen Nucken. Ja, lass dich halt gegenseitig... Da sind zwei rum. Da sind zwei rum. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich baue dich halt an den Berg ein, da. Ich seh' mir, oder? Ist er hinter dir? Ja, von links, oder? Pass auf, der hat dich gerade wieder gesehen. Der seh' mir nicht. Du Megason. Unglaublich, oder? Ja, lass dich einfach... Lass dich einfach... Lass dich einfach... Lass dich einfach... Lass dich sich selber umbringen, den Trottel. Ich komm mal rein! He Start! Oh ho ho ho! Go. Du bist ein christ. es ist wahnsinnig es kam von rechts es kam von rechts passen diese sterne sie sind runter gesprungen mich sie sind runter gesprungen zwei du bist einfach in die falsche richtung da sind sie zwei schön ich habe einen fetten mittelfinger fangen sie zu tun kommt da nicht nur noch nein kein material es gibt es nicht ich bin einfach mit der gange mitgelaufen wie ein dritter team was was es ist ein zuviert oder es ist ein zuviert es ist ein zuviert nein ich habe ihn getroffen ich bin so geil es ist ein zuviert es ist ein zuviert nein es ist ein zuviert ich habe einen zuviert ich bin soviert soviert ich bin vorstanden der ist eine zuviert der ist eine zuviert er kann Lauf unten eine, lauf unten eine! Ich habe noch eine Kruppe, geil. Ich habe noch eine Kruppe. Ich habe noch eine Kruppe. Ich habe noch eine Kruppe. Oh, schnell. Ausgenommen. Oh, nur ausgenommen. Ich glaube es nicht. Jetzt mag ich dich auch einpaulen. Jetzt mag ich dich auch einpaulen. Ich verliess es. Oh, ich auch.